Die merkwürdigsten Geschichten über Will Smith. Da aber keine sexuelle Beziehung mit dem Produzenten Benny Medina anfangen wollte, hat man letztendlich Will Smith genommen, der sich... Krass. Auf einmal fragte ihn Walters, ob er an Verschwörungen der Regierung glaubt. Worauf er sagte, definitiv. Das ist real, Bro. Ich habe gelesen, dass sie denken, dass die Regierung absichtlich Erkältungsheime in U-Bahnen versprüht und absichtlich versucht hat, Menschen mit dem AIDS-Virus anzustecken. Das ist eine ziemlich ernste Sache. Glauben sie das wirklich? Der Bruder ist auch ein Verschwörungstheoretiker, wa? Do you really feel that? People are gonna chase me. People are gonna chase me, dicka. So you're telling me that Bear knew that this drug was infected with AIDS-Virus, they yanked it from the market in America, and then they dumped it in markets overseas? Deggah. What the fuck? Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut in Germany. Heute haben wir wieder ein Special Guest da, ja? Und zwar die Ananas. Und ich habe eben im Chat nochmal erfragt, wie das aussieht, was die Mehrzahl von Ananas ist. Und es ist wirklich Ananase. So wie ich das gesagt habe auch im letzten Video, ne? In dem einen von den letzten Videos. Ich lade ja jeden Tag ein Video hoch. Die, die aktiv hier, die aktiven Hasen hier auf dem Kanal, die wissen, dass ich das einmal, dass ich schon mal eine Ananas mit im Stream dabei hatte. Liebe geht auf jeden Fall raus von der Ananas auch an euch. Und auch vom ganzen Chat. Wie immer, paar Ananassen unten jetzt rein da, äh, in die Kommentare. Und zwar gehen wir jetzt ins erste Video rein, welches heißt, die merkwürdigsten Geschichten über Will Smith. Mal wieder von Flex Doku. Schöne Grüße gehen raus an den Bruder Flexi Flex, bro. Ich bin gespannt, was über Will Smith hier erzählt wird. Ich habe da noch gar keine Ahnung eigentlich. Ich wusste gar nicht, dass es irgendwelche merkwürdigen Geschichten über Will Smith gibt. Aber der Bruder wird uns aufklären, denke ich mal. Liebe natürlich auch vom Twitch-Chat. Seht ihr auch oben. Hier. Da. Da. Und da werden auch gerade Ananasse reingeschickt. Haut mal mehr Ananasse rein, meine Liebenfreunde. Komm, mehr Ananasse. Okay. Auf jeden Fall gehen wir jetzt rein ins Video. Lasst dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch da. Schreibt einen Kommentar. Und ich würde sagen, der Peter geht los, bro. Peter, erinn, man. Jo, Leute. Hoffentlich ist alles okay bei euch. Alles tight, bro. Ich hoffe bei dir auch. In diesem Video schauen wir uns die merkwürdigsten Geschichten über und von Will Smith an. Von der Behauptung, dass bestimmte Krankheiten bewusst von Behörden gestreut wurden, um eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auszurotten, bis hin zu einem Skandal, der Ende der 70er, Anfang der 80er entstanden ist. Und zwar als Bayer Medikamente verkauft hat, die mit einer bestimmten Krankheit kontaminiert waren. Wir gehen auf das... Bayer hat Medikamente verkauft, die mit einer Krankheit kontaminiert waren. Ach du Scheiß, was hat Will Smith damit zu tun? Das wird wild hier, Freunde, ja. ...dass Will Smith für die Rolle vom Prinzen von Bel-Air etwas mit dem Produzenten Benny Medina und Quincy Jones hatte. Und schauen uns den... Oh shit, gib mir die Homosexual-Vibes mal wieder. ...der eigentlich die Rolle des Prinzen kriegen sollte, sie aber abgelehnt hat. Er erzählt, dass man ihm eigentlich die Rolle geben wollte. Da er aber keine sexuelle Beziehung mit dem Produzenten Benny Medina anfangen wollte, hat man letztendlich Will Smith genommen, der sich... Krass. ...bereit erklärt hat. Darüber hinaus schauen wir uns ein paar schockierende Behauptungen von Disney-Star Orlando Brown und Sängerin Jaguar Wright an. Wenn ihr keinem Video mehr verpassen wollt... Okay, das wird wild, Freunde, ja. Alu-Hüte in den Chat. Komm. ...aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Also es ist schon sehr auffällig, wie viele Leute von diesen Partys erzählen, wo im Hintergrund dann in irgendwelchen Zimmern irgendwelche Leute sind und da irgendwelche homosexuellen Vibes angeschmissen werden mit irgendwelchen jungen Artists. Also es wird ja immer wieder, es kommt ja immer wieder irgendwo, ist das Thema. In Hollywood. Und das ist schon sehr auffällig, nenne ich es jetzt einfach mal so. Wir wissen natürlich nicht, was da wirklich passiert, weil keiner von uns war auf so einer Party gewesen und es ist hier auch nur eine Recherche. Wir gucken uns an, was der Flex-Doku da schön recherchiert hat. Wir übernehmen natürlich für nichts Gewähr, aber ein paar Sachen sind schon sehr auffällig. Young boy. You felt that the government was deliberately spraying cold germs in Subways was... Ich habe gelesen, dass sie denken, dass die Regierung absichtlich Erkältungskeime in U-Bahnen versprüht und absichtlich versucht hat, Menschen mit dem Aids-Virus anzustecken. Das ist eine ziemlich ernste Sache. Glauben Sie das wirklich? Hat der das rausgefetzt, oder was? Oh shit, Bruder. Oh shit, Bruder. Crazy. Der Bruder ist auch ein Verschwörungstheoretiker, wa? Ich habe aber auch schon, ich habe von dieser Aids-Geschichte aber auch schon gehört, ne? Ich habe davon wirklich schon gehört, von dieser Conspiracy, von dieser Verschwörung, dass diese Krankheit bewusst gerade in der schwarzen Community verbreitet wurde. They yanked it from the market in America and then they dumped it in Markets overseas. You mentioned actively spreading AIDS? The idea being to kill black people? Yeah, to eradicate black people. Willard Carroll... Oh shit, oh bro, bro, bro. ...Smith der Zweite. Wurde am 25. September 1968 in Philadelphia geboren. Seine Mutter Carolyn Smith war eine Schulleiterin. Sein Vater Willard Carroll Smith Senior, ein Veteran der US-Luftwaffe und Kühltechnik-Ingenieur. Er wuchs im Stadtteil Winfield. Ich habe Will immer hart gefeiert, ne? Sage ich euch ehrlich. Weil der auch so ein Allrounder-Typ ist und ich sehe mich auch als so ein Typ, so, ne? Natürlich nicht auf seinem Level, aber Schauspielerei, Mucke gemacht, Serien mitgespielt, Entertainment. Dann hat er irgendwann auch YouTube angefangen und so. Also es ist schon ein sehr krasser Allrounder und hat natürlich damals, Prince of Bel-Air haben wir uns alle reingezogen. Hat geprägt seinen Vater, dicker. Ja, ein paar komische Sachen habe ich gehört mit ihm und seiner Frau. Das fand ich immer so, die Beziehung mit ihm und seiner Frau auch eine sehr komische Beziehung auf jeden Fall. Da waren so ein paar Sachen, die ich nicht so gefühlt habe. Aber so davor, so in der Kindheit, Jugend und so, war der Typ schon eine Inspiration für mich auch. Das fiel er Delphi auf. Hatte eine ältere Schwester namens Pamela und zwei jüngere Geschwister namens Harry und Ellen, die Zwillinge sind. Will Smith begann schon im Alter von zwölf Jahren zu rappen und landete schon mit 18 Jahren seinen ersten Hit, der ihm viel Geld einbrachte. Krass, der hat erst angefangen zu rappen? Kurz Zeit später war wieder Pleite. Die Rettung kam mit der Rolle zum Prinzen von Bel-Air. Ach krass, der hat einen Hit gemacht, hat Money gemacht, danach war er wieder Pleite oder rausgespendet, den Shit wahrscheinlich. So wie die meisten ihn aus dem Prinzen von Bel-Air kennen, war auch wirklich drauf. Ja, die Serie war heftig. Ich schwör's dir, die Serie hat... Hey, der Re-It-In-Man, Alter, du bin nicht schon ganz genau, wie das läuft, Bro. War ein bisschen verliebt, muss ich ehrlich sagen, ja. Jedoch war das Leben in der Serie nach dem Leben des Produzenten Benny Medina gestaltet. Auf die Beziehung zwischen Will Smith, Benny Medina und wie er zu der Rolle des Prinzen von Bel-Air gekommen ist, gehen wir am Ende noch mal ein. Das letzte Mal, als Will Smith den meisten von euch aufgefallen ist, war bestimmt die Szene bei den Oscars, als er Chris Rock live eine Off-High gegeben hat. Chris Rock machte Witze über seine Frau. Will Smith stürmte die Bühne und schluck ihm ins Gesicht. Boom. Das war auch eine krasse Situation, ne? Ich hab den Bruder gefühlt da in dem Moment, sag ich dir ehrlich. What the fuck are you talking about my wife, Bro? Bam. Futslanger. Musst du mit rechnen. ...würdigen Geschichten. Aber seine Wife ist halt... komisch, die ist komisch. Denn kurz nach dem... Die hat den doch auch betrogen und so, ne? Glaube ich. ...war das Internet voll mit Leuten, die behauptet haben, dass diese Szenen inszeniert waren. Zum Beispiel Comedian Cat Williams, Wrestler Jerry Lawler und ein Haufen Leute, die die Szenen analysiert haben. Und denen einige Sachen aufgefallen sind. Zum Beispiel, wie Chris Rock vor der Orpheige reagiert hat. Als ob er sich noch extra vorgebeugt hat, damit Will ihm eine verpassen kann. Normalerweise hätte man irgendwie eine Abwehrreaktion gezeigt und hätte sich schon irgendwie darauf vorbereitet. Wie er nach der Orpheige reagiert hat, war für viele ebenso auffällig. Weiß nicht, ob das Fake war oder nicht. Sag ich dir so, wie es ist. I don't know. Kann ich dir nicht genau sagen. Also, vielleicht hat er nicht damit gerechnet, dass er ihm jetzt ein Orpheige gibt, so? Und danach einfach versucht, das Ding zu überspielen. Weiß nicht. Also, diese aggressive Reaktion von Will in dem Moment, wo ich das das erste Mal gesehen habe, gefühlt kam das mir echt drüber. Weil er keine direkte Reaktion auf die Orpheige gezeigt hat. Als ob er wusste, was ihn erwartet und er keine richtige Orpheige gekriegt hat. Auch soll ein Frame, das den Aufprall zeigt, aus der Originalaufnahme rausgeschnitten worden sein. Man sieht nicht eindeutig, wie Will Smiths Hand Chris Rock berührt. Außerdem haben einige Leute die Audioaufnahmen analysiert und haben gemerkt, dass der Aufprall der Orpheige sich nicht wie eine Orpheige angehört hat. Sondern wie ein Sound, der genau zum Zeitpunkt der Orpheige Wer juckt das jetzt, ob das echt war oder nicht? Weißt du, was ich meine? ...abgespielt wurde. Man darf nicht vergessen, dass Will Smith und Chris Rock langjährige Freunde sind und beide Schauspieler sind. Vor ca. 35 Jahren gab es schon mal so einen ähnlichen Vorfall. Andy Kaufmann, ein amerikanischer Entertainer, und Jerry Lawler, ein Wrestler, waren Gäste in einer Talkshow. Andy Kaufmann hat ein paar Scherze gemacht, worauf Jerry Lawler ihm eine verpasst hat. Zu dem damaligen Zeitpunkt hat keiner gewusst, dass die Szenen inszeniert waren. Erst 10 Jahre später, nachdem Kaufmann gestorben ist, wurde dies zugegeben. Dieser Jerry Lawler, von dem gerade die Rede war, hat genau nach dem Vorfall Folgendes geschrieben. Ich und Andy Kaufmann haben den Scheiß schon vor 35 Jahren gemacht. Er deutet an, dass der Vorfall, genauso wie seiner, inszeniert war. Cat Williams erklärte... Ja, das sind halt auch nur Aussagen von irgendwelchen Leuten, wo du gar nicht weißt, so weißt du, ich meine, was haben die damit zu tun oder nicht? Warum sollte er wissen, dass es inszeniert ist und die anderen nicht? I don't know, Bro. Ich hab das erste... Mein erstes Gefühl war, dass es echt war. Was sagt ihr, Chat? Eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass es echt war. Zwei in den Chat, wenn ihr denkt, und zwar gefaked. Hollywood. Schauspielerei. Wie man feststellen kann, ob so etwas gefaked ist oder nicht. Wenn so etwas wirklich passieren würde, würden wir es gar nicht live mitkriegen. Live-Shows laufen immer mit einer kleinen Verzögerung. Das heißt, man könnte rechtzeitig eine Werbung einspielen, die Polizei kommt rein und niemand hat was gesehen. Wenn etwas weiter ausgestrahlt wird, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit nur gemacht, um einen Skandal zu erzeugen, der dann durch die ganze Welt geht. Cat Williams erklärte sogar, warum sie genau Will Smith... 50-50 ungefähr eben im Chat gewesen. 50-50. 50% haben gesagt, ja. 50-50% haben gesagt, nein. So. Genau weiß ich es natürlich auch nicht. Man kann nur sagen, was einem sein Gefühl sagt. Aber dann ist es auch... Für mich jetzt auch nicht mehr so ein wichtiges Thema, wo man unbedingt mies recherchieren muss, oder? Nach dem Film After Earth, den Will Smith mit seinem Sohn gedreht hat und der gefloppt ist, soll man angeblich gemerkt haben, dass der Hype um ihn sozusagen vorbei ist. Deshalb soll man ihn nochmal in dieser finalen Schauspiel-Performance genutzt haben, um die Oscars zu pushen. Aha. Durch diesen Skandal wurde viel Geld gemacht. Ein 30-Sekunden-Clip, der zwischen den Oscars läuft, kostet schon ohne einen Skandal 2,2 Millionen Dollar. Wenn man vorher zum Beispiel den Leuten, die Werbung schalten wollen, sagt, dass dieses Placement sich doppelt lohnen wird, weil ein weltweiter Skandal entstehen wird, könnt ihr euch bestimmt vorstellen, was für Summen man verlangen kann. I am in the production business. I understand what is worth doing for ratings. I understand what is worth doing when the industry is canceling one Black guy. I know what happens when they are going to elevate another. And I know what happens when they don't care about either of them. I'm saying that everything that happens in a business that's based off of pretend, that seems like a setup is. Eine weitere Merk... Ja, da passiert halt sehr viel in Hollywood, ne? Und du wirst nie genau wissen, was real ist und was nicht. Also ich glaube, das sind ganz viele Sachen, wo wir denken... Ich meine, das ist ja im Weltgeschehen genauso und auch mit politischen Sachen und so. Es ist halt im Weltgeschehen aktuell und ich glaube, es wird auch noch immer mehr werden. Also es wird immer mehr Dinge geben, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt real oder nicht. Gerade mit dieser Entwicklung von künstlicher Intelligenz, wo man Videos fälschen kann, wo man Aussagen fälschen kann, wo man Sachen aus dem Kontext schneiden kann und so, wird es glaube ich immer mehr werden, dass man nicht genau weiß, was da wirklich dahinter steckt. Und gerade bei Hollywood muss man schon aufpassen. Also kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt real war oder nicht. Die Geschichte, die nicht über aber von Will Smith kommt, ist eine Aussage, die er im Jahr 1997 gemacht hat. Das ist jetzt krass, das ist jetzt wirklich interessant. Er hatte gerade seinen Film Independence Day veröffentlicht und ging danach zu mehreren Plattformen und hat Interviews gegeben. Eins war mit Barbara Walters. In dem Interview ging es um seine Karriere, wie sie angefangen hat und was sein Erfolgsgeheimnis ist. Auf einmal fragte ihn Walters, ob er an Verschwörungen der Regierung glaubt. Worauf er sagte, definitiv. Das ist real, Bro. Also das ist real, Digi. Was ist danach mit ihm passiert? Aber ich habe davon noch nie gehört, von dieser Situation. Sie fragte weiter, ob er behauptet hat, dass die Regierung bewusst Grippe und den E-Bus gestreut hat, um Leute krank zu machen. Er überlegte ein bisschen und antwortete, ich bin mir sicher, dass Leute mich für diese Aussage verfolgen werden. Weiter sagte er, ich finde es durchaus möglich, dass die Krankheit, die wir vorhin genannt haben, ein Resultat genetischer Kriegstests der amerikanischen Behörden sind. Wow. Crazy. You know what I'm getting at? I read that you felt that the government was deliberately spraying coal germs in subways, was deliberately trying to make people ill with the AIDS virus. This is pretty serious stuff. Do you really feel that? People are going to chase me. People are going to chase me, Dekka. Krass. Hammer. Feier ich, Bro. Das ist halt schon eine Sache so, ne? Das trauen sich nicht viele Hollywood-Leute, so eine Sachen auszupacken. So auch über Verschwörungen und sowas zu reden, weißt du? Damals war es vielleicht noch nicht so krass wie heute, aber nichtsdestotrotz, da setzt du schon viel aufs Spiel. Ich glaube, es ist ein bisschen möglich, dass das bei den Geheimdienst der Genetischen Guerra-Testung stand, was scheinbar ein, was? Ich glaube, es ist mir selbst zu den Recherchen, Dekka. Du bist einer, Bruder. Bist du einer von uns, Langer. Stark, Junge. Lasst uns mal ein bisschen auf die Behauptung eingehen, dass diese bestimmte Krankheit bewusst gestreut wurde. Leute, bei medizinischen Informationen ist YouTube sehr empfindlich. Deshalb erwähne ich nochmal für das System, das die Videos analysiert, dass die Informationen, die jetzt kommen, kein... Der Bruder, Flex-Doku sichert sich immer auf allen Ebenen ab, ne? 80 Wörter rausgepiepst, Bruder, egal ob es was damit zu tun hat oder nicht. Hauptsache der Algorithmus fickt ihn nicht, Alter. Ich küsse dein Herz, Bruder. Das Gerücht, dass diese Krankheit bewusst verbreitet wurde, ist nichts Neues. Schon seit einer langen Zeit wird behauptet, dass diese Sache künstlich erzeugt wurde, eine bestimmte Bevölkerung auszulöschen. Amerikanische Wissenschaftler entwickelten die Sache angeblich in einem Labor als Waffe. Einige behaupten für den Einsatz gegen Feinde der Vereinigten Staaten. Andere dagegen behaupten, um Schwarze auszurotten. Wie gesagt... Es gibt sogar Leute, die sagen, dass es diese Krankheit gar nicht gibt. Und dass du eigentlich erst krank wirst, wenn du die Medikamente dagegen nimmst, so. Das ist auch eine heftige Conspiracy. Da lehne ich mich jetzt auch wieder mit aus dem Fenster. Das habe ich auch nur gehört. Ist nicht das, was ich glaube, sondern ich habe das irgendwo mal... Sogar in einem offiziellen Interview irgendwo. Kann ich dir nicht mehr genau sagen, wo das war. Ich glaube, das war sogar Fernsehen, Alter. Ich glaube, das war sogar damals Fernsehen. Bin mir aber nicht mehr genau sicher. Das sind nur Behauptungen und keine Fakten. Angeblich versuchten bestimmte amerikanische Behörden, eine Krankheit zu erfinden, die sich allen bekannten Heilmethoden entziehen würde. Eigentlich sollte die Krankheit schnell wirken und sofort für Todesfälle sorgen. Doch es hat nicht so geklappt, wie man es sich vorgestellt hat. Amerikanische Medien behaupten sogar, dass diese Theorie ihren Ursprung in Deutschland hat. Angeblich... Schon wieder Deutschland involviert, Digga. Deutschland ist bei so Sachen immer involviert. MKUltra, der Shit. Scheiße, Deutschland hat schon sehr viel... ...gemacht damals, ne? ...soll es Desinformation der Stasi gewesen sein. Und Teil ideologischer Kriegsführung. Es gibt aber eine sehr interessante Doku auf YouTube, wo ein Mann behauptet, dass er an mehreren solcher Operationen beteiligt war. Der Mann hat schockierende Sachen behauptet, wie zum Beispiel, dass die Sache speziell kreiert wurde, um die Schwarzen auszurotten. Es wurde angeblich durch Impfstoffe in Afrika verbreitet. Wie gesagt... Durch Impfstoffe in Afrika. Krass. Von Bill Gates wahrscheinlich. Gefördert auch der Laden. Es ist nicht bekannt, ob diese Informationen auch wirklich stimmen. Was ich mal gehört habe, ist auf jeden Fall, dass Bill Gates mal in Afrika irgendein Impfprojekt gemacht hat und das bei Schwarzen gemacht hat und dass diese Schwarzen dann, die Frauen dann keine Kinder mehr kriegen konnten. Ich weiß nicht genau, was das für eine Impfung war, aber es wurden schon öfter mal mit Impfstoffen in Afrika bei Schwarzen Sachen gemacht und getestet, angeblich getestet, aber wer weiß, was da für ein Plan dahinter steckt. Dass bestimmte Leute andere bewusst mit irgendwelchen Sachen krank machen, klingt unglaublich. Aber so etwas ist einmal wirklich passiert. Ich traue das den Pharmaindustrien und den Regierungen heutzutage auf jeden Fall zu. Damals auch schon. Die haben keine Ethik und Moral, wie das normale Menschen haben. Es wird denen von klein auf abtrainiert, damit die in diese Position kommen können. Genau mit der Sache, die wir gerade besprochen haben. In den 70er, 80er Jahren wurden Blutprodukte, insbesondere Gerinnungsfaktoren, aus Spenderblut hergestellt, um Patienten zu behandeln. Einige dieser Produkte, die von Cata Biological, einer Tochtergesellschaft von Bayer hergestellt wurden, waren mit dieser Sache kontaminiert. Dies führte dazu, dass tausende Patienten, die dieses Produkt erhielten, mit der Krankheit infiziert wurden. Nachdem die Zusammenhänge entdeckt wurden, folgten rechtliche Auseinandersetzungen und Entschädigungsklagen gegen Bayer und andere beteiligte Unternehmen. Die Opfer des Bayer Blutskandals erhielten letztendlich finanzielle Entschädigungen, für die entstandenen Schäden und Verluste. Angeblich soll bekannt gewesen sein, dass dieses Produkt die Sache enthielt. Man konnte es nicht auf dem US-Markt verkaufen, deshalb wurde das Produkt nach Frankreich, Japan und viele weitere Länder verschifft, wo mehrere tausende Menschen krank geworden sind. Guck mal wie krank, Bro. Hauptsächlich waren es Kinder und Neugeborene, die das Medikament erhielten. Es ist schwierig zu sagen, wie viele Leute krank geworden sind, da es zu dieser Zeit keinen richtigen Test für diese Sache gab. Die Eltern der Kinder haben sich angesteckt, um weitere Leute ebenfalls, da sie ja nicht gewusst haben, dass sie es hatten. Das soll auch angeblich der Ansporn gewesen sein, um diese Sache zu machen. Weil man sich gedacht hat, die Krankheit ist noch nicht richtig erforscht, man hat noch keine richtigen Tests, es wird eh nicht auffallen. Doch nur ein paar Jahre später ist der erste Test für so Sachen auf den Markt gekommen. Und von wem wieder? Robert Koch-Institut. Die Unfälle sind ans Tageslicht gekommen. Klingt unglaublich, aber das ist wirklich passiert. So, hold on, hold on. So, you're telling me that Bear knew that this drug was infected with AIDS virus, they yanked it from the market in America, and then they dumped it in markets overseas? What the fuck? They had to figure out a way, Joe, to make a profit on a product that they could not sell in America. So they made a huge profit. They dropped the product in Japan, Spain and France. By the way, Joe, government officials in France that allowed that to happen actually had to go to prison. Die wurden sogar verklagt dafür? In America? Also, das ist ein safe, safees Ding? Not one corporate executive for this company has been indicted or even criminally investigated. The US-Government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Digger. Da soll sich noch einer wundern, was mit den Impfstoffen passiert und dass so viele Leute Nebenwirkungen, Impfstoffen Nebenwirkungen hatten, Alter. Die haben das wahrscheinlich vorher schon gewusst, aber gesagt, scheiß drauf, wir müssen das Money auf jeden Fall machen. Gehen wir weiter auf die... Also, die gehen über Grenzen, denen ist scheißegal. Da geht es wirklich nur um Geld. ...die über Will Smith erzählt werden. Und die geht wieder einmal um Privatpartys. Was auf diesen Partys abgehen soll, habe ich schon mal in zwei anderen Videos erklärt, die euch hier oben rechts anzeigen. Auf jeden Fall soll Will Smith und seine Frau Jada so Partys organisieren. Die Partys von Jada... Oh, shit. ...sollen sogar verstörender sein als die anderen Partys, die wir uns angeschaut haben. Also, seine Frau ist auf jeden Fall, die gibt mir komische Vibes, sage ich dir so, wie es ist. Denn die Sängerin Jaguar Wright berichtet von Leuten, die von diesen Partys geflüchtet sind, weil er angeblich so kranke Dinge abgelaufen sind. Sie erzählte von Künstlern, die sie nach so Partys angerufen haben und davon berichtet haben, dass in den Hinterzimmern ältere Leute auf jüngere Gäste warten, um mit ihnen zu verkehren. Sie hat sogar Namen von Rappern und Schauspielern genannt. Und zwar Meek Mill, August Elcina und Bashir Gray aus der Serie Empire. Doch es ging... Aber who is she? Viel krassere Geschichten über Will Smith rum. Und zwar vom Schauspieler Orlando Brown. Orlando Brown werden die meisten von euch aus dem Film Major Pain kennen. Der Kleine? Vielleicht habt ihr ihn nicht direkt erkannt, aber... Geil, Dicker! Major Pain war der heftige Film, auch ein schönes Film. Dieser Junge hier ist Orlando Brown. Vor circa drei Jahren ist er durch mehrere Zusammenbrüche in Livestreams aufgefallen. Eine Eimer... Ja, Zusammenbrüche, Mann, wenn du in so jungem Alter schon vor der Kamera stehst und so einen Hype hast, so, ne? Das ist halt echt... Also die meisten Kinderstars, die man so kennt, ne? Aaron Carter, der Bruder und Bow Wow, die sind alle irgendwann später zusammengebrochen. Irgendwann richtig... Britney Spears, etc. pp. Er zum Beispiel behauptet, dass Will Smith ihn, als er ein Kind war, ver... Tickt hat. Andrew sagt gerade, aber warum... Wieso lässt man sowas mit sich machen? Ja, da gibt es mehrere Theorien, Bro. Also die einen sagen, dass du das einfach machen musst, damit du eine gewisse... Damit du ein gewisses Standing in der Szene bekommst. Und die Leute, mit denen du da schlafen musst, das sind halt heftige Executives von Major Labels und diese ganzen... ganzen reichen Motherfuckers, die ganzen reichen alten Motherfuckers, so, weißt du? Und andere sagen auch, dass das eventuell teilweise... dass das teilweise gefilmt wird und dass du dann, ähm... dass du dann quasi, ähm... Genau, dass die was in der Hand gegen dich haben, falls du aus der Reihe tanzt, so, weißt du? Es gibt da mehrere Theorien, warum das gemacht wird. Aber diese Behauptungen wirklich stimmen, ist nicht bekannt. This whole Will Smith shit, you feel me? Ey, man, that nigga Michael Jackson, Bro. You feel me? That nigga Michael Jackson, Bro, that nigga set me up, Bro. On everything I love, that nigga set me up, Bro. You feel me? That nigga is tripping, Bro. That nigga be on some other shit, my nigga. Like, straight up, what are you talking about, my nigga? You raped me as a kid, you b******. Ah, you raped me as a kid, als ich ein Kind war, sowas mich als ein Kind. You a f***er person. Yes, Will Smith is Michael Jackson, my n***. This shit got me f***ed up, Bro. Okay, aber der Bruder scheint doch ein bisschen, äh... äh, verwirrt zu sein, ja? Der war schon heavy verwirrt, Bro. So was kann man halt nicht trauen. Wie Will Smith das mit ihm gemacht haben soll, soll es auch mit Will Smith gemacht worden sein. Und hier kommen wir zu der Geschichte, wie er angeblich zu der Rolle des Prinzen von Bel-Air gekommen ist. Angeblich soll er für die Rolle mit dem Produzenten Benny Medina und Quincy Jones etwas gehaft haben. Benny Medina und Quincy Jones sind sehr oft genannte Namen, wenn es um Sex und Verbrauch und Ver- in Hollywood geht. Benny Medina wurde deswegen sogar mal angeklagt. Benny Medina soll den Schauspieler Jason Dudley in seiner Villa versucht haben zu ver- ticken. Ein Artikel in der Vanity Fair vom November 2017 zeigt die Anschild... Das sind halt irgendwelche ekelhaften Motherfucker so, die halt sich eine Machtposition erkämpft haben, irgendwo in Hollywood oder in der Musikindustrie und halt kranke sexuelle Fantasien haben und davon gibt es Leute überall in jeder Industrie und ich glaube halt in der Industrie noch mehr und die das dann halt ausnutzen, dass junge Leute nach oben wollen. Das hat man ja auch von Mädels schon oft gehört, weißt du wie ich meine, dass gewisse Angebote gemacht wurden und gesagt wurde, ey mach das dies, lass mich mit dir das so machen und dann kommst du hoch und dann gebe ich dir einen Vertrag und diese ganzen Sachen. Das ist halt eine Masche von diesen Leuten, die sich diese Machtposition erkämpft haben und die nutzen halt die Schwäche von den Leuten aus, die nach oben wollen, weißt du? ...die gegen den Musikmanager Benny Medina erhoben wurden. So ähnliche Behauptungen hat auch der Rapper, der eigentlich die Rolle des Prinzenkriegen sollte gemacht. Und zwar der Rapper McChann. Er berichtet ebenfalls von gleichen Erfahrungen mit dem Produzenten Benny Medina. Benny hat sein erstes Album produziert und wollte ihn unter seine Fittiche nehmen, doch Benny hat angeblich versucht das gleiche mit ihm zu machen, was auch von Will Smith und Benny behauptet wird. McChann hat jedoch abgelehnt und ihn hat sch*** beleidigt, erst danach wurde Will Smith für die Rolle genommen. McChann behauptet sogar, dass es Standard wäre, dass so Dinge verlangt und das es schon immer so war. So. Du musst das, dies tun, damit du einen Deal bekommst. War schon immer so. Da glaub ich auch dran. Also es ist ja Menschen mit Macht und Geld, die drehen durch, die zeigen ihr wahres Gesicht, die fordern Sachen und machen Dinge, die einfach ekelhaft sind. Doch Will Smith wurde nicht nur von Benny Medina zu so Sachen gedrängt, sondern auch von einem weiteren Produzenten. Und zwar Quincy Jones. In dem letzten Video hatten wir schon mal besprochen, was Quincy Jones von Tupac verlangt hat. Angeblich soll er das gleiche auch von Will Smith verlangt haben, nur dass Will Smith nicht abgelehnt hat. Was denkt ihr über diese ganzen Themen? Crazy shit, ja. Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ihr keinem Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Wird getan, mein Jutster, alter. F dich. Also Flex Doku nimmt ganz Hollywood auseinander. Pass auf, mein Jutster. Aber krass auf jeden Fall. Crazy Video. Crazy Video. Ich schwör's dir. Also da waren ein paar Infos drin, die ich so auch noch nicht gehört hatte. Und da hast du wieder schön und gut zusammengefasst. Wir nehmen das mal so hin auf jeden Fall. Wir nehmen das mal auf. Und natürlich, Freunde, kleiner Disclaimer, nicht alles glauben, was erzählt wird, auch in solchen Videos. Aber es ist auf jeden Fall schon, es ist auf jeden Fall schon so eine Nummer, Alter. Ich schwör's dir, was da in Hollywood, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass in Hollywood irgendwas im Hintergrund abgeht, von dem wir nicht wissen. Und dass da auch komische Sachen getrieben werden. Gerade auch in diese sexuelle Richtung. Das ist einfach krass. Und deswegen, ja. Crazy. Gutes Video. Liebe geht raus, YouTube. Ich küsse euer Herz. Schreibt einen Kommentar. Schreibt einen Kommentar. Und lasst Daumen nach oben auf jeden Fall da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Reaction. Peace out. Gang.